Die Sonja wollte mich versichern lassen. Also das ärgerte mich sehr. Musik Das war's. 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 Bitte, bitte. 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 Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. 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 Bitte, 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 bitte. 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 Wie geht's dem Stifter? Was? Der Giftler! Was denn der Giftler? Gibt's doch ein Öl! Ja, meine 24-bändige Ausgabe, den Stifter. Gestern neu bekommen, in Schweinslede gefunden. Na, junger Mann, kommen Sie da rein? Karl, ich hab da einen Gaststuhl und ich muss sagen, der hat uns gar nichts Schönes mitzuteilen. Ja, was ist denn vorgefallen? Einen Urfall hat's gegeben in der Waffenfabrik in Gastau. Der ist ziemlich arg zugegangen. Der Brunner ist losgegangen auf jemanden, der überstiftet. Ja, mit einem Stifter. Mit einem Rasiermesser. Ich glaube, wir verstecken uns und überprüfen das einmal. Wenn er wirklich der Mörder ist, dann weg mit ihm. Ja, genau. Aber ich höre schon was. Ich glaube, er kommt schon. Ja, ich glaube, wir müssen uns schon verstecken. Ich möchte meine Epidemie machen. Und wir verstecken uns dahin. Ich weiß noch nicht. Der Stifter überhaupt als Dichter, der liegt mir nicht. Ich mein, der liegt mir nicht. Der kotzt mich an. Erzählen Sie da? Das ist Mist. Mist. Trimial. Sagen Sie? Jerry Cotton ist besser. Stifter? Stifter ist Mist. Und als Maler und als was? Mensch. Erzählen Sie, ihr sagt lassen Sie. Mein cp evident ist alles von pesos erschein. Ich mates schon einig. Agnesuma oder ausschein. Ist doch nicht schlecht. Sie liebten dasvoor治ief. HHNN Peter Titel the Deshalb wollte die developers Oh, wie es in der äußeren Natur ist, so ist es auch in der Inneren, in der des menschlichen Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit, Bezwingung seiner Selbst, Verstandesgemäßheit, Wirksamkeit in seinem Kreise, Bewunderung des Schönen, verbunden mit einem heiteren, gelassenen Sterben, halte ich für groß. Aus mächtige Bewegungen des Gemütes, furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach Rache, den entzündeten Geist, der nach Tätigkeit strebt, umreißt, ändert, zerstört und in der Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich nicht für größer, sondern für kleiner. Da diese Dinge so gut nur Hervorbringungen Einzellen und einseitiger Kräfte sind, wie Stürme, feuerspeiende Berge, Erdbeben. Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet wird. Spielt ein Neger auf der Flöte Palästrina, Am Girard die Platz im Jänner, wenn es schneit. Ja, dann teilen sich die Wolken über China, und in Moskau spricht die jüngste Ballerina. Es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit. Musik Dreht ein Mädchen namens Mia sich gen Mekka, und der Wind zerreißt das Band auf ihrem Hut. Ja, dann wird man ins Kutari plötzlich kecker, und in Sofia beginnt ein Streik der Bäcker. Musik Dann ist alles gut, dann ist alles gut. Musik Musik